Das ist Mandy und die Trinkgraten Brandy und das ist Sandy, die neue Braut vom Andy. So nem richtigen Dandy. Und das ist ein Mobiltelefon. Und dann gibt's noch den Sepp. Und der Sepp, der ist unglaublich trinkfest. Und das hier ist ein unglaubliches Filmfest. Für solche Dinger mit Kamera. Und so wird's gemacht. Mandy filmt die Sandy und den Dandy Andy und schreibt ne E-Mail an uns mit dem Film. Nee, 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 der andere. Genau. Der wird dann auf dem Filmfest gezeigt und bejubelt. Ganz einfach. Gesepp, gut gespielt. Ja, das ist auch nicht. Gesepp, gut gespielt. Gesepp, gut gespielt. Gesepp, gut gespielt. Gesepp, gut gespielt. Gesepp, gut gespielt.